Adventsgeschichten von Ursel Schäffler Erzähler, YouTube-Glockengießer Weihnachtsbrief an Oma Jenny, vergiss nicht den Brief an Oma zu schreiben, ruft die Mutter, während sie die Jacke anzieht. Ach, was sollen wir denn schreiben, fragt Jenny, dass sie euch freut, dass sie zu Weihnachten kommt und so weiter. Ich schreibe nie Briefe, höchstens Postkarten, murmelt Jonas. Ich kann doch nicht schreiben, mault Felix. Dann malst du eben was, sagt die Mutter, euch wird schon was einfallen. Sie greift nach dem langen Einkaufszettel und schiebt ihn in die Manteltasche. Klapp, schon fällt die Tür hinter ihr ins Schloss. Die Mutter hat recht. Jonas, Jenny und Felix fällt eine ganze Menge ein. Sie spielen U-Boot unterm Tisch. Sie springen vom Sofa ins Meer. Sie binden ein Tischtuch an den Besen und bauen ein Segel. Da klingelt es. Es sind Peter und Kitty, die Nachbarskinder. Sie kommen gerade im richtigen Moment. Jonas, Jenny und Felix brauchen dringend Ruderer für die Rettungsboote. Kurz darauf verkleiden sich alle als Piraten. Bald tobt im Bad eine gefährliche Wasserschlacht. Felix heult, weil Kitty gemeinerweise mit Seifenwasser spritzt. Er möchte lieber Cowboy und Indianer spielen. Das ist wenigstens ein trockenes Spiel. Wasti, der Rauhaardackel, ist das wilde Pony, das mit dem Lasso eingefangen werden muss. Als das wilde Pony unterm Sofa liegt und nicht mehr hervorzubewegen ist, fällt Jenny wieder der Brief an Oma ein. Da ist es schon halb vier. Was schreiben wir bloß, jammert Jenny und kaut an ihrem Bleistift. Felix lässt auf der großen Wasserlache im Bad Papierschiffchen schwimmen und sagt gar nichts. Jonas, fang mit dem Datum an, rät Peter. Jonas schreibt das Datum und gibt den Brief an Jenny weiter. Ich fange die Briefe an meine Oma immer so an, sagt Kitty. Liebe Oma, wie geht es dir? Mir geht es gut. Vielen Dank für deinen letzten Brief. Das ist doof, sagt Jonas. Unsere Oma hat so lange nicht geschrieben. Dann schreibt, dass es schneit, meint Kitty. Jenny schreibt, dass es schneit und dass es sich freut, wenn Oma an Weihnachten zu Besuch kommt. Sind schon fünf Zeilen, sagt Peter bewundernd. Da kommt Felix aus dem nassen Badezimmer angepatscht. Jetzt komme ich dran, sagt er und krapscht nach dem Bleistift. Er kritzelt drauf los. Mal nicht in meine Zeilen, warnt Jonas. Das kann doch kein Mensch lesen, sagt Peter. Kann Oma wohl lesen. Oma kann immer lesen, was ich schreib, sagt Felix. Er malt noch einen Tannenbaum und ein Auto, das wie ein Frosch aussieht. Dann schiebt er Jenny den Bogen wieder hin. Die Seite ist erst halb voll, meint sie. Ist doch nicht schlimm. Ihr müsst bloß noch viele Grüße und eine große Signatur drunter setzen, meint Peter. Jonas schreibt, viele Grüße, dein Jonas. Dann unterschreibt auch Jenny und sagt, bestimmt kommt Mama gleich. Ich gehe schnell ins Bad und wische die Pfütze auf. Als Felix unterschrieben hat, ist die Seite immer noch nicht voll. Eine volle Seite sollte man Oma schon schreiben, finde ich. Das hat sie verdient. Oma freut sich immer so über Post, sagt Jonas. Peter und Kitty wollen mit unterschreiben, um die Seite auszufüllen. Nein, das ist doch unsere Oma. Ihr gehört doch nicht zur Familie. Plötzlich hat Jonas eine verrückte Idee. Basti soll noch unterschreiben. Der gehört schließlich zur Familie, oder nicht? Euer Hund kann doch nicht schreiben, murmelt Peter. Du wirst dich wundern, sagt Jonas. Mit einem Hundekuchen gelingt es ihm, Basti unter dem Sofa hervorzulocken. Basti kann nicht mal malen, brummt Felix. Denkste, er kann einen Pfotenabdruck machen. Den kann Oma genauso lesen wie dein Gekrakel, murmelt Jonas und holt geschäftig das Glas mit der roten Fingerfarbe. Er mischt davon etwas auf einem Kaffeetell mit etwas Wasser und stellt ihn auf den Boden. Mit List und drei Hundekuchen gelingt es ihm schließlich, Vastis rechte Vorderpfote in den Kaffeeteller zu stecken und auf den Briefbogen zu drücken. Es klappt. Die Seite ist voll. Es sieht sehr hübsch aus. Ich möchte auch einen Pfotenabdruck machen, sagt Felix und patscht mit der Hand in den Teller. Vorsicht, du verdirbst sonst alles, ruft Jonas erschrocken und dreht das Blatt um. Mach ihn auf die Rückseite. Es klingelt. Jonas läuft zur Tür. Mama, ruft Felix. Wasti reißt sich los, um die Mutter zu begrüßen. Er springt an ihrem hellen Wintermantel hoch. Der bekommt rote Tapser. Genau wie der Teppichboden. Felix stützt sich beim Aufstehen mit der feuchten roten Hand an der Tapete ab und sagt stolz, »Gerade sind wir fertig geworden mit dem Brief und alles ist ganz voll.« »Das sehe ich«, stöhnt die Mutter und sinkt auf einen Stuhl. »Könnt ihr mir das erklären?« Wortlos starrt sie auf die leuchtende rote Spur, die von der Haustür über den Flur bis ins Schlafzimmer führt. An der Schlafzimmertür taucht jetzt Wasti auf. Er hat zur Begrüßung Papas Pantoffeln geholt. Das macht er immer, wenn jemand heimkommt. Jetzt leuchtet im Flur eine rote Doppelspur. An ihrem Ende steht Wasti. Er hat den Pantoffel in der Schnauze, wedelt mit dem Schwanz und sieht die Mutter erwartungsvoll an. Doch keiner lobt ihn. Er versteht die ganze Aufregung nicht. Und die Mutter versteht auch nicht, wie das alles genau gekommen ist. Deshalb hat ihr Jenny endlich alles erklärt. Die Oma hat sich übrigens über den Brief sehr gefreut. Das hat sie an Heiligabend, als sie zu Besuch kam, allen erzählt. ? St сохранidad. St konsumiert. PBB-SHIMER Paul DAS Vielen Dank.